Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum neuen Wochenorakel. Wir haben jetzt das Wochenorakel für die Zeit vom 11. bis zum 17. März. Ich schaue mir heute mit den Kipperkarten an, das sind diese hier, wie die kommende Woche für das Kollektiv verlaufen wird. Es ist eine allgemein gültige Legung, das bedeutet, alles kann hier auf dich zutreffen, was hier in den Karten liegt. Es kann natürlich auch sein, dass du in dieser Woche nicht damit angesprochen werden sollst, weil das einfach nicht für dich passt. Du kannst natürlich gerne bei mir eine Kartenlegung haben, schreib mir einfach ein E-Mail, in der Infobox findest du meine E-Mail-Adresse. Ja, ich hätte gesagt, ich starte jetzt gleich los. Ich mache das immer kurz und knapp, so mit sechs Karten. Das ist für mich immer so, ja, einfach auch angenehm, ja, nicht ewig lange an einer Kartenlegung herumphilosophieren. Kurz und knapp, aussagekräftig, das ist halt wirklich so meine Devise und deswegen starte ich jetzt auch los. Wir legen hier keine Themen fest. Wir lassen uns einfach mal überraschen, welche Themen sich zeigen. Und zwar die erste Karte, oh, da haben wir die Krankheit. Alles, was mit Krankheit zu tun hat, dürfen Kartenleger ja nicht, ja, Aussagen, Krankheit, Tod, Schwangerschaft, rechtliche Dinge. Das ist einfach, ja, das finde ich einfach nicht korrekt, wenn man hier Aussagen tätigt. Diese Karte ist für mich nicht so die klassische, oh mein Gott, man wird krank, Karte, sondern das ist für mich eine Karte, die dafür steht, dass irgendeine Situation in deinem Leben kränkelt. Etwas kränkelt so vor sich hin. Ungesunde Verbindungen, ungesunde Situationen. Das bedeutet für mich diese Karte. Schauen wir einfach mal weiter uns an, was sich hier noch zeigt. Wir wissen jetzt noch nicht, welches Thema hier angesprochen werden soll. Ja, da haben wir die Erwartung. Höchstwahrscheinlich hast du in irgendeiner Situation Erwartungen, die dir nicht gut tun. Du kränkelst dann quasi auf energetischer Ebene vor dich hin. Du hast hier Erwartungen, die dir nicht gut tun. Ja, du hast Erwartungen, dass sich jemand bei dir meldet. Du hast Erwartungen, dass sich dein Wunschpartner für dich entscheidet. Du wartest und wartest und wartest. Erwartung, das hat auch was mit, ja, man wartet halt. Man hat Erwartungen, dass irgendetwas von außen passiert. Das Leben zieht an einem vorbei und das ist alles andere als gesund. Das ist eine kranke Situation. Und diese Sache zeigt sich jetzt hier. Du hast halt irgendwelche Erwartungen, egal ob es jetzt beruflich, finanziell, familiär, partnerschaftlich, die dir einfach nicht gut tun, weil jeder hat sein Leben in der Hand. Und du kannst nicht für andere entscheiden. Und wenn du Erwartungen hast, dann erwartest du etwas, das von außen kommt. Und wenn hier etwas nicht kommt und du trotzdem weiterhin erwartest, dann ist das einfach für dich keine gesunde Situation. Wir haben hier das große Glück. Ja, du hast dein Glück in der Hand, wenn du aus diesen Erwartungen rausgehst. Wenn du sagst, okay, zum Beispiel, jetzt ist es nur ein Beispiel. Dein Wunschpartner meldet sich nicht bei dir. Okay, er meldet sich nicht. Ich lasse mir trotzdem nicht den Tag versauen, auf gut Deutsch gesagt. Ich lasse mir trotzdem nicht meine Lebensgeister, meine Lebenskraft rauben. Oder jemand kann sich nicht für dich entscheiden. Okay, dann gehst du trotzdem weiter und bist mit dir selbst glücklich. Das große Glück wartet auf dich, wenn du rausgehst aus Erwartungen und rausgehst aus diesen Situationen, die einfach kränken. Ja, dann hast du hier in dieser Woche das große Glück. Es kann natürlich auch sein, dass du schon sehr lange in diesen Erwartungen warst. Und jetzt kommt hier das große Glück. Und jetzt wird sich alles hier für dich zum Positiven wenden. Schauen wir einfach mal weiter. Wir haben hier die Rechtsprechung und das ist für mich immer so ein Zeichen der Gerechtigkeit. Irgendwas wird gerecht ausgehen. Ich glaube, weil du hier einfach aus den Erwartungen rausgehst und dich selber quasi glücklich machst und dich nicht von Reaktionen, Aktionen, Nachrichten der anderen beeinflussen lässt oder dir deine Lebensgeister entziehen lässt. Dass du quasi, Beispiel jetzt, nur glücklich bist, wenn sich dein Wunschpartner bei dir meldet. Da begibst du dich ja sozusagen in Abhängigkeiten. Du erwartest, dass sich dein Wunschpartner meldet. Dein Wunschpartner meldet sich nicht. Du bist traurig, du bist depressiv, du fällst dir in ein Loch, du bist abhängig. Aber du gehst jetzt hier aus diesen Erwartungen raus, wirst dir wieder mehr gerecht werden und dann kannst du hier dieses große Glück mit dir genießen. Oder es kommt tatsächlich das große Glück von außen. Da muss man einfach schauen, wie es auf dich und deine Situation passt. Wir haben hier Mühe und Arbeit. Also du wirst hier schon sehr, sehr viel an dir arbeiten und wirst jetzt hier aus Erwartungen rausgehen. Vielleicht bist du auch schon aus Erwartungen rausgegangen. Und wirst jetzt belohnt. Deine Mühe, deine Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Es kommt jetzt Gerechtigkeit, es kommt Fairness und es kommt das große Glück auf dich zu. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann es sein, dass du tatsächlich in deinem Job jetzt das große Glück haben wirst. Also wie gesagt, du musst hier einfach schauen, wie es auf dich und deine Situation passt. Für die einen steht es tatsächlich oder bei den einen steht es tatsächlich für die Arbeit. Bei den anderen steht es einfach darum, die Arbeit an sich selbst. Und dann haben wir noch, oh, unverhofftes Geld. Na, das wollen wir natürlich alle. Vielleicht wirst du einen Gewinn haben. Vielleicht wirst du einfach eine Gehaltserhöhung haben. Vielleicht wirst du, wenn es jetzt hier nicht das Geld betrifft, einfach glücklich mit dir selbst sein. Und das ist dir mehr wert als jedes Geld der Welt. Und für einige kann es natürlich ein unverhoffter Geldsegen sein. Und das ist für dich das große Glück, weil du viel gearbeitet hast. Es kommt eine Gehaltserhöhung. Du wirst eine größere Prämie bekommen. Oder du wirst einfach das große Glück in dir erfahren, weil du viel Mühe, viel Arbeit in dich, in deine Weiterentwicklung investiert hast. Es ist nicht Geld investiert, sondern Mühe und Arbeit in dich investiert hast. Du bist rausgegangen oder wirst aus diesen Erwartungen rausgehen. Es kommt die Gerechtigkeit und du wirst einfach mit dir so glücklich sein, dass das für dich mehr wert ist als alles Geld der Welt. Also es sieht hier nach einer sehr erfolgreichen Woche, nach einer glücklichen Woche aus, nach einer Woche, wo vielleicht noch Dinge sind, wo man rausgehen soll. Das ist natürlich nicht einfach, aber es lohnt sich. Oder aber du bist schon sehr lange aus diesen Erwartungen raus, aus diesen ungesunden Verbindungen, Beziehungen, Situationen und wirst jetzt in dieser Woche für deine Mühe aus der Vergangenheit belohnt werden. Und das ist für dich dann das große Glück. Zum Beispiel absolute Lebensfreude, mit sich selbst glücklich sein. Das ist, glaube ich, das Schönste, was man in seinem Leben eigentlich erreichen kann. Dass man mit sich, mit dem, was man hat, mit dem, was man ist, einfach glücklich ist und niemand von außen braucht, der einen bestätigt, wie toll man ist, wie super man ist, sondern dass man es einfach weiß. Man weiß, was man leistet, man weiß, was man kann und mit sich einfach innerlich zufrieden sein. Ich glaube, das ist sowieso das größte Glück, das man hier bekommen kann. Geld ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, aber so dieses Innerliche, man ist zufrieden mit dem, was man hat, was man erreicht hat, wie man lebt. Einfach so mit sich zufrieden sein. Das ist, glaube ich, das größte Glück und das kann natürlich für die einen oder anderen stehen. Bei den anderen wiederum geht es hier tatsächlich um ein unverhofftes Geld, das eben hier in dieser Woche eintrodeln wird. Ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, viel Spaß, viel Erfolg und bis zu den nächsten Orakeln. Alles Liebe, ciao!